Willkommen zurück bei Telltale Batman Folge 2 raus aus dem Knast. Kann er da nicht einfach seinen Tod vortäuschen? Ich weiß, dass ich dich nicht so lange. Was willst du, Harvey? Die Straßen in Gotham sind ein gefährliches Ort für jemanden wie du jetzt. Du wirst das herausfinden, in der Zeit. Aber dann wird es zu lange. Es sind nur gefährlich, weil du sie gefährlich hast. Arme Angele an alle Straße? Das ist verrückt, Harvey. Ich versuche, dass die Kinder von Arkham übernommen. Die Arme Angele an, die Menschen sicherlich sind. Vielleicht hast du nicht gehört, aber die Kinder von Arkham gegangen sind. Obwohl sie eine Art Angeleitung haben. Obwohl sie eine Art Angeleitung haben. Und die Leute sind Angst. Panik. Ich muss ihnen zeigen, dass meine Resolve nicht verletzt hat. Dass Gotham noch stark ist. Dann habe ich ihnen ein Angeleitung. Du und deine Familie'n schuldige Korruption. Die letzte Sache, die ich brauche, ist, dass du über Gotham trafst. Kannst du dich hören? Kommt er aber auch bekannt für, oder? Nein. Ich bin nur ein Mann, der hat die Arme wie du, wie du, die Welt übernommen und was sie wollen. Ich kann nicht, dass du über Scott Freak gehen kannst. Drain the Swarm, build a wall. Du bist nur die Wille der Menschen, Harvey. Ich weiß, dass das persönlich ist. Du wusstest, dass ich mich interessiert war, Selina. Was du getan hast, war ein Schmerz, Bruce. Ein echter Mann hätte das nicht getan. Harvey, hör auf mich. Ich weiß, was du denkst, dass es passiert ist, aber Selina und ich sind nur Freunde. Period. Sag mir nicht, was ich denke, dass es passiert ist! Du bist ein verdammter Lier. Bruce! Bruce! We're done talking! Das ist immer bei emotionalem Stress, das so ausbricht, ne? Mhm. Und die andere, die hat sich das komplett befreit gefühlt, oder? Und ist dann voll ausgetickt. Ja. Die den Ding erschossen hat. Aber wie immer bei Batman ist es ja egal, was man ihm injiziert. Sein reiner Wille sorgt dafür, dass er nichts passiert. Was ist denn das für ein Spruch? 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 Ich habe auf, ich will keinen Ärger geklickt. Ich habe auf, ich will keinen Ärger geklickt. Was ist denn das für ein Spruch? Doch nicht, dass er einen Koppelwort gehauen hat. Ich weiß nicht, woher zu gehen, Dirtbag! Der nächste wird nicht ein Warnung. Okay, jetzt, wie ich es sehe, gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir das tun tun können, Bruce Wayne. Ich meine, entweder ich lasse diese Leute an dich, und sehe, wie du anstattest. Oder du könntest eine kleine Donation für mich und meine Kinder, um uns zu helfen, um uns zu gut finanzieren. Hm? Und gut armiert? Was sagst du? Hä? Hä? Ich gebe mir mal ein bisschen Geld, oder? Ja. Fuck jetzt. Was hat er denn gemacht? Naja, so die Machenschaften seiner Familie sind halt aufgedeckt worden. Ach so, und alle denken, er hängt mit drin. Ja, klar. Ja, sicher. Geh es auf die Stadt Hall. Was heißt du, dass du weg bist? Bruce, Harvey hat es sicherlich verloren. All over the news, yelling about how you need to be brought to justice. Throwing whoever he wants in jail. Not really interested in seeing what he has planned for me. I was supposed to be here laying low. Does this look like laying low to you? You don't need to worry about Harvey. I'll protect you from him. Don't write checks you can't cash. Don't you get it, Bruce? Harvey catching you in my apartment drove him completely around the bend. So you're saying you think his breakdown is our fault? I... Yeah? Nothing even really happened. Not like he thinks anyway. I'd rather not die for something I didn't even do. He's dangerous. You understand, don't you? Okay, don't you think you're being just a little overdramatic? Harvey wouldn't kill you. No? Look what he's done to you. And you're the type of person who shows up in headlines. He could have me killed and no one would ever know. So where are you going to go? We've got some other business I need to take care of. What other business? Look at yourself, Bruce. You're in no shape to take on Harvey. Or the children of Arkham for that matter. Of course. That's my car. I'll see you around. Good luck with... all of this. Yeah, bestem Dank auch. Ich würde jetzt erstmal irgendwie in Blutprobe nehmen und das analysieren, was die uns da gegeben hat. Normalerweise erzeugt durch der Bettcomputer innerhalb von einer Sekunde das Gegenteil. I just need to get to the computer. Oh. You're exhausted. And the influence of Lady Arkham's drug may still be affecting you. You've seen the way it's still affecting Harvey. He's a paranoid wreck. Harvey is turning Gotham into a police state. Oswald has stolen my company and we need to find Vicky and the children of Arkham before they strike again. I can't just ignore it. You're in no condition to work. You absolutely must get some rest. I don't have time to rest. You'll be no good to anyone if you can barely keep your feet under you. Bruce, you look awful. He's had a very long evening. You're right. You're right. Let's just focus on getting my head clear first. Bring up everything we know about Vickyville's drug. I'm on it. If we can isolate the presence of the drug, I should be able to synthesize an antidote. Let's start with a DNA scan. Compare it to your DNA on file in the Batcomputer. I'll make the preparations. Lass mich raten, der Batcomputer hat wieder so eine Fisher-Price-Eingabemaske programmiert, dass ich jetzt das Runde in das Eckige sie muss, ja. This is the refined sample of the drug taken from Officer Montoya after she killed Falcone. Here's my DNA before the incident. It seems that the drug attaches itself to specific proteins in the genome structure. If we can modify the drug's molecular structure, we should be able to create a counter-agent. Once you've figured this out, we'll have a working antidote. We can cure others affected by the drug. No. I wish that were possible. It's based on the individual's DNA. We'd have to sample and decode the genome structure for each and every person to make them a cure. That's good. We can have the time or resources for that. That's why we were lucky to have mine on file. That's good. Das war ja was. That should do it. So macht der Computer death nicht auch noch. Na ja gut. Zeit am Ende nichts zu spielen. Packen. So. 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 Ist doch nicht alles gewesen? Hopefully that does the trick. Oh. It'll work. Feel better already. So. What are we going to do now? First things first, I need to know what Vicky Lady Arkham has been up to while I've been away. Search for all children of Arkham recent activity. Hm. The press is reporting that Vicky Vale is missing. Yes. And obviously the police have yet to find a body. That woman trying to get the scoop on you pretending to care. She betrayed you. I never trusted her. That was always something that I was about to be surprised. Your instincts are very rarely wrong, sir. She was playing me the entire time. Breaking me down. Batman geht's doch irgendwo die ganze Zeit darum, Alfred woher zu spielen, dass man der aller Geiste ist. Ja. Bruce. There were bigger plans than me, Alfred. Batman stopped her at the Skyrail station and I can't believe that she isn't finding another way to use the drugs. Well, if that's true, she may be more dangerous than ever. And what's you want to do I know, I know. I, uh, I met someone in Arkham who gave me a tip on how to find her. A tip? Do you really think you can trust someone in Arkham Asylum? No offense intended toward your recent time there, of course. He knew that Vicky Vale was Lady Arkham. No one else has that information. I suppose that's not something we can ignore trustworthy or not. He told me that if I want to know what she's planning then I should visit her parents' house. Shouldn't be too tough to locate them. Got it. Bruce, before you head out I've got something for you. I call it a strobe grenade. Throw it at any surface and the ensuing light show will make you almost impossible to track. Perfect. Thank you, Lucius. Thank you. At least I can do after you invited me to come work in the Batcave with you. I have to do I had to go in the Batcave with you. If you find me in the Vale please be careful. Die Granate ist schon geil, da kannst du überall Disco machen, wo keine ist. Und vor allem mein Erzfeind Epilepto außer Gefecht setzen. Sieht ganz schön hübsch aus. Was wollte sie machen eigentlich? Sie wollte die ganze Stadt vergiften und dann drehen die alle durch und jeder macht nur noch was er will. Der Tuwo nach der Ist-Tag. Ich bin in der Verwaltungsstelle. Der Lichtstimmung nach hängen jetzt hier gleich diese Life is Strange-Görn ab. Oh, da ist aber Blut auf dem Boden, oder? Holy shit. Was ist denn los mit der? Das ist die Mutti. Alfred, die Vales sind tot. Ein Körper confirmiert, aber es ist viel Blut. Alert, Gordon. Das will auch. Ich weiß nicht, wie das noch mit den Drugs verbunden ist. Was sie wussten, hat Vicky sicher, dass sie gut sind. Ach, jetzt checke ich das erst. Es gab diese Vales. Also sie wurde als Victoria Arkham geboren. Und die Vales waren Pflegeeltern. Die waren Pflegeeltern. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Ich dachte erst, dass es gar keine Vale-Eltern so wirklich gab, sondern dass sie sich halt nur als Vicky Vale ausgegeben hat. Die original Arkham-Eltern, die haben das Irrenhaus gehabt und waren aber mit diesen Methoden von dem Thomas Wey nicht einverstanden, dass der die Leute wahnsinnig macht und dann da einweisen lässt. Genau. Die Kasse zahlt es nicht. Dann musste er die halt ausgeschaltet haben. Ah, da kannst du dann wieder sagen. Es ist eine Wrenge. Es scheint, dass sie nicht ihre alten Tricks vergeben hat. Ist das die gleiche Drücke? Ja. Aber das ist mehrere Mal stärker als die Dose, die ich habe bekommen. Vielleicht ist sie eskalierend. Das scheint persönlich. Aber warum so hart auf die losgehen? Dann müssen die sie ja auch voll scheiße behandelt haben. Könnte ja sein. Naja, Halswunde und Spritze. Passt nicht recht oder doch? Hier kam die Art Stepper. Ich kann es gerade sagen. Wicke hat sich aber schwer verändern. Da ist ein Logo auf dem Geburtstag. Da ist ein Logo auf dem Geburtstag. Da ist ein Logo auf dem Geburtstag. Da ist endlich viel Heiterkeit im Haus, wie bei den Larsen. Junge, Junge. Da Partystimmung. Vier Staffeln lang. Das ist die Augen? Hat die sich irgendwie in Panik die eigenen Augen rausgerissen oder so? Vielleicht haben sie einen neuen 4K-Fernseher und sie hat aus Versehen wieder den alten Pall-Fernseher angemacht. Ja, oder was die wenigsten wissen, sie hat halt den 4K-Modus angemacht. Dann schmilzen einmal halt die Augen. Das wäre denen bei Discovery nie passiert. Dass damit jemand bedroht wurde vielleicht? Äh. Da ist so bestimmt der Papa drin. Da ist der T-1000 drin. Oh. Alfred, du hast Mr. Bale gefunden. Oh, wie hängt der da? Crazy. Was gibt's hier noch? Das sieht so ein bisschen unbeholfen aus, wie ihr da rumstackst. Ja, er denkt. Das Messer und die Haare vielleicht? Das ist eine Idee. Die Hohre. Aber was ist das für ein Blutfleck an der Wand? Vielleicht hat das was mit dem Gürtel zu tun. Was ist denn dieser Gürtel und das an der Wand? Das Blut. Und das Logo und das Familienfoto. Ja. Das war schon ein bisschen krass. Aber warum macht die das? Ich hatte im ersten Moment gedacht, als ich halt den, äh, den Gürtel gesehen hab, dass irgendwie eher sie geschlagen hätte oder so und es dann eskaliert ist, aber... The Logos match. Mr. Bale owned an oil and heating company. Looking it up now. Yes. He's got a sizable warehouse in the industrial district and a fleet of delivery trucks. And now Vicky's got it. What exactly happened in that house? I think I know. After we stopped her at the rail station, Vicky needed a place to hide her supply of drugs. Her father's trucks and warehouse offered the perfect cover. To do that, she needed them out of the way. With Vicky Vail fully assuming her new identity on Lady Arkham. Seems like she didn't need the Vails around to support her old one. Vicky showed up to attack her adopted parents. But only the mother was there at first. Miss Vail fought back and was able to slice off part of Vicky's hair. Vicky then subdued her with the same drugs she used on me, but a much, much larger dose. Nearly lethal. She then removed the mother's eyes, indicating a deeply personal motivation. This was obviously some sort of vendetta. Sometime during this, Mr. Vail entered. Vicky attacked him with his own belt, striking with the buckle until he was unconscious and bleeding out. Finally, she dragged him to the closet and hung him with the belt. The blood loss got him way before the hanging dead. Well, that's horrific. But she never acted out in such a violent way before. Why would she... Alfred. I think someone's still in the house. Going to look for a heat signature. If anyone else is here, I'll find them. Weak to see if she's actually too weak for the... 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 Also, wie sie ihn da auch aufhängt am Gürtel, da musst du das doch schon ziemlich... Vor allem, wenn der halt tot ist und sie nicht mehr rührt. Clear. Nothing here. Ach so, das war jetzt nur das Heizungsrohr. Das Abwasserrohr. Aha, der Bob unter der Treppe. Ein kleiner Junge mit einer Brille und einem Blitz auf der Stirn. Ja, wo ist ja... Hey. Aha. Es ist okay. Ich werde dich nicht verletzen. Sir, ist alles okay? Es ist ein Kind, Alfred. Der Junge von der Fotos. Ist er okay? Aside von der Schock und ein paar Brüßes, er sieht okay. Er kann mir noch mehr erzählen, was er passiert. Possibly. Aber wenn das ist die Straße, die du nach unten gehst, bitte mach es mit Kaution. Ein bisschen Angst, irgendwas anzuklicken. Beim letzten Mal, dass ich vorsichtig war, da warst alle umgebracht. Hey, es wird okay. Es wird alles gut sein. Ich bin sorry, dass ich dich schraubte. Es wird okay sein. Ja, ja? Ich brauche dich zu erzählen, ob du gesehen hast oder hörst du etwas. Das ist wichtig. Ich... Ich hörte jemanden sagen etwas. etwas über die Drogen, die Polizei kämpft. Ich weiß nicht, wer. Ich weiß nicht, wer, weil ich nichts gesehen habe. Ich weiß nichts, weil ich hier bin. Bitte, nicht mich auf die Verpflichtung. Ich habe die Hände gerade von der Tastatur weg. Oh, Batman, was ein... Pleasure to see you. Tendlich. Ich weiß nicht, dass du versuchen, unseren nächsten Gelegenheit zu finden. Und herausfinden, wo die Drogen sind. Ich verstehe das? Ich bin closed. Pathetisch. Ich habe diese kleinen Backtraps all over die Stadt. Aber ich sollte wussten, dass ein guter Doppel-Murder wäre, was dich aus dem Öffnen bringen. Ja! Oh, das ist getroffen. Dobo-Granate. Dobo-Granate. Hm. Ha, ha. Hüten wir. Oh. Sind Sie sicher? Sind Sie verletzt? Ich bin okay. Sie sind tot. Ich bin so sorry, dass ich nicht zu retten, deine Eltern zu retten. Sie wissen nicht, wie sorry. Ich versuche, dass ich nicht zu stoppen, bis ich die Person, die das getan hat. Jetzt... ...dreh ihn halt da weg, du Dödel. Und egal, was passiert, egal, wo du gehst, das wird immer wahr. Und ich will immer dir einen. Oh mein Gott. Er war der einzige Überlebte. Komm her, lass uns hier rauskommen. Er schützt mich. Oh, Jezus. Was das die Kinder von Arkham? Wieder? Warum würde sie eine Familie attackieren wie die Vail? Weil ihre Mutter, Vicky, ist Lady Arkham. Sie hat ihre eigenen Eltern, damit sie sie nutzen, um ihre Unternehmen zu verwenden, um die resten von ihren Drogen. Vicky? Vicky Vail, der Reporter? Und so... Wer war der Junge, dann? Ich glaube, er ist eine andere Kinder, die mit den Vail zu leben. Er sagt, er hat etwas gehört, um die Drogen und die Polizei zu retten. Ich kann nichts sagen, aber es scheint, dass die Kinder von Arkham vielleicht etwas mit diesen Drogen gegen deine Leute. Danke für die Hände. Die Strecke ist Vail, Öl und Heating. Du solltest es so schnell wie möglich sein. Ich werde es direkt auf. Was für dich? Ich habe etwas, was ich muss nachdenken. Das ist nicht so, dass wir uns vorgehen. Vatant, was ist hier passiert? Ich versuche die Vail, Herr Kommissioner. Nicht mehr, du bist nicht. Ich bin über die Forschung. Ich kann nicht rischio, dass Batman wieder unsere Vail zu verbrechen. Ich kann nicht riskieren, dass Batman wieder unsere Vail zu verbrechen. eine Pause, gleich geht's weiter.